Gregor Rötschel, ein gewisse reicheren Tag. Sie war eingewechselt. Er muss den Schlager um dann aufpassen, weil in seinem Rücken einer lauert. Der Leopane, der Altmeister, gibt das gerade noch so verteidigen. Nächste Plan, es geht hier rein. Von der linken Seite wieder in ein paar Spiele von Hinsenegger. Kurz etwas orientieren wir uns. Und die nächste Abschlusschance für die Hauptsburger. Durch den eingewechselten Kamm Chubi. Der Ball geht aber knapp vorbei. Am Tor voll mit der Windkraft. Die Einsatz mit zwei guten Abschüsse greifen in die letzten paar Minuten. Durch Kanada und durch Raphael Boredemann. Und die eigentliche Stürmer mit Ratner Acht. Der Ball Olympia auf Schürzberg. Der Ball ist jetzt ein weiterer großer Überschwörung. Das Spiel der letzten Woche. Da lassen wir weiter aus dem ersten Rösser anzeigen. Und hier links beim Freiburg nach Versichergang. Von mir hat es gerade ein Fan die Anseigetafel fotografiert. Denn da steht es immer noch schwarz auf weiß tatsächlich. Zwei für Freiburg. Eins für Dortmund.